there's secrecy and there's paranoia I say Whitman had a severe case of the ladder I am was war es war halt 10 Ah, wartet mal. Da war der Dues. Ah, wartet mal. Moment, Moment, Moment. Moment. Das ist echt unglaublich gut gemacht, das Spiel. Es macht echt Spaß. Aber wir haben, glaube ich, noch nicht alle Modellchef-Teile. Deswegen bringt uns das jetzt gerade gar nichts. Wir müssen noch suchen. Ja, ich weiß, aber wir haben noch nicht alles. Wir haben noch nicht alles. Das nutzt überhaupt nichts. Das muss irgendeine Vorrichtung sein. Ich habe aber keine Ahnung, was sie bewirkt und wie sie funktioniert. Das heißt, wir können hier noch nichts machen, oder? Wir müssen noch ein bisschen weiter gucken. Wir haben noch nicht alle Teile für das Schiff. All the collectors and their holy grail. Dagger, that is. Ja, 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 wir gehen gleich noch mal zurück. Anscheinend hat Whitman einem luxuriösen Lebensstil gefrönt. Ja. Das Arbeitszimmer ist umwerfend. Hier würde sich sogar ein Professor wohlfühlen. Ich habe vier von sechs. Ja, Uwe, ich weiß. Jetzt haben wir das Schiff zusammen. Okay, jetzt kommen wir noch mal zurück. Weil, wir haben das Schiff. Wie, das wird nicht funktionieren. Würdest du mich verarschen? Flupp. Kristallverschluss, okay. Ah, okay. Jetzt, oh Gott, ja. Jetzt haben wir es. Herrgott, noch mal, da muss man aber erst mal drauf kommen. Okay. Wir wissen auf jeden Fall, wer es ist. Ritschi, 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 Ritschi. Aua, das tut aber weh. Alles klar. Wurde er wegen etwas ermordet, das sich in diesem Safe befindet? Ich glaube schon, ja. Moment, hatten wir nicht hier irgendwie einen Anhalts... Hals... Und... Nee, ne? Okay, das funktioniert gut. Mitzkrawatte. Aber... Wir können ja jetzt hier eigentlich gerade gar nichts machen. Oh mein Gott, hatte ich... Echt? Hatte ich jetzt so weit schon mal die richtige Dings? Nein, okay. Das vierte hier stimmt nicht. Ah, das stimmt auch nicht. Mhm. Okay. Okay. Wir kriegen das raus. Okay, das stimmt auch nicht. Das ist es auch nicht. Okay. Leute, wir kriegen das hin. Da kann es ja eigentlich nur noch das hier sein, aber das ging ja gerade auch nicht. Das hatten wir doch gerade. Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ich bin gerade überlegen... Nach, was das gehen könnte. Wartet mal. Also, die haben ja immer was miteinander zu tun, anscheinend, ne? Aber ich... Aber ich... Also, ich kann immer drei Symbole anklicken, wobei die haben ja, ne? Die haben immer... Hier ist ein Dreieck, hier sind zwei Dreiecke und so weiter und so fort. Die haben ja irgendwas miteinander zu tun. Hier ist ein Dreieck. Und dann... Dann... Muss ich noch irgendwo hin? Nee, die sind richtig. Nee, die sind richtig. Nee, die sind ja wieder draußen. Nee, die sind ja wieder draußen. Hä? Hä? Da können wir... Da kommen wir gerade noch nicht weiter. Wartet mal. Wartet mal. Symbole hinter dem Spiegel. In das Holz sind ein paar Symbole geschnitzt. Warten mal. Nee. Hier war auch nichts. Moment. Symbole hinter dem Spiegel, das Holz und ein paar Dreieck, das, das und das. Nee, andersrum, ne? Nee, stopp. Stopp, 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 stopp. Das Dreieck, das Heft mit dem schwarzen Balken, der Planet und dieses hier. Das doppelte Dreieck, das Heft mit dem schwarzen Balken oben, der Planet und die liegende Tür. Ah, okay. Mein Gott. Verschiedene Gegenstände, die Whitman als wertvoll betrachtet. Das Geld. Aha. Das Prolonged-Life, das die Dagger schafft, ist unnatürlich. Es hat uns verletzt. Die anderen sind glücklich mit dem. Aber ich habe genug. Ich habe den Dagger entschieden, zu zerstören. Aber ich muss mich aufmerksam sein. Die anderen müssen nicht über meine Planen herausfinden. Hm. War da nicht gerade noch eine Karte oder sowas? Ich weiß, dass unser Pact war protected von Ifrit, ein fire-demon in der Dagger. Wenn das Pact ist, wird es unleashed. Ich habe meine records in case etwas passiert. Eine von ihnen ist in Said's vault in unserer Council Villa, in einer Statue, die ich ihm als ein present gegeben habe. Said never knew I found the passcode for his vault. It was carved at the back of his head bust. He always was a practical man. If not that bright. So, Whitman wanted to destroy the Dagger. And he knew how to do it. I saw the symbol back at the lobby of the house they dragged me into. Okay, wir haben die Karte. Sehr gut. Ich habe alles, was ich von dort brauche. Okay. Also, können wir wieder hier hin zurück. Aber, wir haben immer noch nicht. Oder jetzt? Aha, wusste ich doch. Das wäre jetzt echt dämlich gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte. Das ist so. Also, wir waren auf uns還是. Bann jetzt noch da Zeit. Okay, Matilde. shifting defect commandments Untertitelung des ZDF für funk, 2017